liana und olli gerade beim einpacken hier der armenien transporter 2 kann man sagen dezember 20 war eins alle beschriften im sinne ja die sind auf deutsch und überwiegend auf armenisch weil er nach armenien natürlich geht der transportraum ist in der kleinsten hütte und dann gibt es eine große liste noch für die gesamtübersicht nachher das doch alles transparent nachvollziehbar ist was wir denn hier transportieren geführt wie viele kartons säcke koffer wir gepackt haben und das wird jetzt von armen und liana ins armenisch übersetzt so dass der zoll was in der hand hat herzen dank euch macht es gut und das lager wird bald wieder gefüllt werden der transport ist vorbereitet UNTERTITELUNG